Ja, da sind wir wieder. Ich freue mich. Ich habe das Gefühl, du machst das langsam mit Absicht, mit der hässlichen alten Onus-Tasse. Das habe ich heute absichtlich gemacht. Ich stand jetzt gerade vor einem... Aus der Perspektive sieht sie fast einfach weiß aus. Dann geht es fast wieder ins Kli. Ja, das stimmt, aber sie sieht wirklich aus wie ein Haufen Scheiße, das stimmt. Ja, das ist auch, glaube ich, langsam sehr ungesund. Also sollte da mal etwas abperlen von diesem Stoff und in deinem Kaffee landen, dann hast du, glaube ich, gesundheitlich ganz große Probleme. Ja, das stimmt. Und heute wollte ich dich aber einfach nur ärgern. Es ist mir gelungen, sehr gut. Aber da sind wir beim Thema Kaffee. Wir haben aktuell, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, Besuch von der DFL, von den Leuten, die die Virtual-Bundesliga ja quasi so verantworten und die von uns mit umsetzen lassen. Und ich habe den einen Kameraden, der jetzt gerade in Düsseldorf im Hotel ist, Janik, lieben Gruß, falls du es hörst, den habe ich gerade abgeholt und er fragte so, soll ich dir auch einen guten Kaffee mitbringen? Ah, okay. Und ich habe ihn erst mal gesagt, also ihr Konzern-Gourmet-Schnäuzchen, ihr braucht guten Kaffee, dann sag mir doch mal, was unserem schlecht ist. Ich trinke unseren, habe ich gesagt. Ich habe mir keinen mitbringen lassen. Und jetzt die Frage an dich. Erstmal ist die Frage, was ist man für ein Mensch? Ist man wirklich so ein Mensch, der tatsächlich zu Starbucks oder zu Ähnlichem geht? Ich kann erst mal überhaupt nicht bewerten, ob Starbucks-Kaffee actually good ist. Kann ich auch nicht. So, das ist ja hauptsächlich diese Drinks, die natürlich lecker schmecken, weil da 8000 Siri drin sind und das natürlich mega süß ist und so weiter. Und Zucker und Scheiß, ne? Ja. So, dass da natürlich ein, keine Ahnung, Pumpkin, Spice, Maca-Chiado, dreimal geeist und mit noch zweimal extra Shot, dass das natürlich dann geil schmeckt, ist die andere Sache, aber Kaffee ist tricky, Mann. Keine Ahnung. Wir haben ja jetzt, wir haben ja auch so ein, obwohl Umbos ist so ein Fake-Kaffee-Cornichon, ne? Umbos hat ja, also wenn ihr mal hier im Büro wehrt und in Umbos Bereich, der hat ja dann sich so ein Schreien gemacht. Umbos Bereich mit Schreien. Früher waren da mal, früher waren da mal so Awards von ihm drin und so weiter. Inzwischen hat er echt, also ich habe ein paar neue Sachen entdeckt. Er hat sich so vor einem halben Jahr, dass ich ein neues, neues Midlife-Crisis-Hobby dazu gesucht, das ist Kaffee. Also er hat sich so eine, so eine richtig stylische Siebträger geholt und dann halt auch alle Tools, die man dazu braucht. Natürlich so eine, so eine hier, Koks-Dealer-Wage, dann diese ganzen anderen Utensilien, die man dafür braucht, auch so ganz heftiger, feiner, super teurer Kaffee. Da drunter ist seine Gin-Sammlung, wo dann auch so Gin-Gläser und so sind. Und jetzt neu hat er auch, er hat sich so eine Cognac-Karaffe geholt und ein Glas dazu. Ja, siehst du das nicht? Du achtest auf sowas nicht. Nee, ich achte auf sowas nicht. Ja, das hat er jetzt neu. Und deswegen, also Umbos tut auf jeden Fall so, als ob er so ein richtiger Kaffee-Cornichon ist. Und bei uns ist das ja alles zweckmäßig. Also ich finde, keine Ahnung, bei Kaffee, ich habe da schon so viele verschiedene Arten und Weisen durch. Ich finde die absolut leckerste Methode tatsächlich, weil ich ja auch ein Fan bin von Filterkaffee, ist wirklich einfach diese Pore-Over-Technik. Also da hast du, das ist im Prinzip auch, hast du so eine kleine Karaffe, machst da, hast da so einen Einsatz, machst einen Filter rein. Und lässt Wasser drüber laufen? Ja, und lässt einfach heißes Wasser aus dem Wasserkocher dann drüber laufen. Dann würden jetzt natürlich die Experten und Wissenschaftler kommen und würden dann sagen, ja, das muss dann so und so viel Grad haben, das Wasser, damit es dann noch besser schmeckt. Aber keine Ahnung, dann lässt es so kurz am Anfang so ein bisschen andampfen, eine halbe Minute, damit sich so ein bisschen die Aromen entwickeln, danach lässt es nur rüber laufen. Und das schmeckt für mich am besten. Was halt witzig ist, weil ich meine, du kannst dir eine Kaffeemaschine für 400 Euro kaufen, machen ja auch viele. Was kostet denn eine gute Kaffeemaschine? Ja, viel mehr wahrscheinlich. Also ich sage mal, so ein Vollautomat ist ja ein 400, der schon günstig. Oder wir haben jetzt auch so eine, die macht halt einfach, du drückst drauf, die macht dir natürlich frisch, malt dir den Kaffee und haut dir halt einen Kaffeecreme da so raus. Das ist ja unsere Maschine. Die hat wahrscheinlich, ich würde mal tippen, unsere Kaffeemaschine, die ja auch keine Office-Maschine ist, das ist eigentlich im Prinzip eine kleine Kaffeemaschine für so einen Zwei-Mann-Haushalt oder so, oder für einen ganz normalen Haushalt, die wird wahrscheinlich 250 Euro gekostet haben. Und so richtig teure sind ja wahrscheinlich, also geht dann so ab vierstellig los, ab 2000 bist du dann wahrscheinlich langsam cool. Aber ich habe schon aus so vielen Geräten Kaffee getrunken und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das dann wahnsinnig lecker ist. Also das ist einfach ein... Zweck? Ja, du trinkst es ja eh nicht aus Genussgründen. Bei mir ist es so, ich appreciate einen leckeren Kaffee schon auf jeden Fall. Nee, ich nicht, Alter. Weil ich meine, bei mir ist es kein reines Koffeintool, dazu wirkt es einfach viel zu wenig. Bei mir wirkt es immer noch, ich habe das Gefühl... Wenn es so eine Wirkung geht, dann müsste ich mir morgens schon anfangen, die Koffeintabletten reinzuschieben für den ersten Schub. Das wäre dann halt eine Sache, aber... Bei mir wirkt Kaffee wirklich immer noch und ich habe auch das Gefühl, dass ich... Also das, was... Sonst passiert das ja, wenn man irgendwie Schmerzmittel und Koffein, dann gewöhnt man sich irgendwie dran, ne? Und an Alkohol habe ich mich ja früher auch gewöhnt, ne? Aber ich glaube mit Kaffee und... Auf hohem Niveau, ja. Ja, aber mit Kaffee habe ich mich nicht... Das macht eigentlich gar nicht so richtig Sinn. Weiß ich nicht. Nee, klingt für mich auch völlig unlogisch. Also auch bei so einem großen Körper, so einem großen Organismus und der dann trotzdem noch so empfindlich auf Koffein die ganze Zeit reagiert. Und auf Schmerzmittel, ja auch noch. Wenn ich mir eine 400er Ibo reinwerfe, bin ich gefühlt gelähmt, Alter. Immer noch. Das ist echt krass. Das ist Hammer. Wirklich. Ja, aber ich frage mich, liegt das an der Blut... Oh, nee, lass uns mal aufhören, Alter. Wir sind ja so weit von mir... Liegt das an was? An dein... An Blut, an der... Ich habe sehr dünnes Blut, glaube ich. Deswegen... Und ich habe auch so... Ich habe gutes Heilfleisch. Meine Wunden heilen schnell, mein Blut ist dünn. So eine Scheiße haben mir die Ärzte früher immer gesagt. Deswegen kann es sein, dass ich... Ich weiß, man... Aber jetzt hast du mir wieder eine offene Frage gestellt, die ich jetzt irgendwie medizinisch beantworten muss und so eine Scheiße. Wie soll das denn... Wie soll ich das denn hinkriegen, Mann? Das kriege ich ja im Leben nicht hin. Aber das... Das sind zumindest Zusammenhänge, die Sinn machen könnten. Die könnten Sinn machen, ja. Aber ich habe doch keine Ahnung. So verdünntes Blut, Alkohol ballert, ein bisschen krasser ist ja dann eigentlich auch das Ding so, dass man eine Ibo nimmt und danach trinkt. Ja, aber warum sollte dann Alkohol bei mir... Aber dann ist ja... Das liegt einfach daran, dass du einfach auf ganz hohem Niveau Alkohol missbraucht hast über dein ganzes Leben. Du hast halt sehr, sehr viel Alkohol getrunken. War früher ja auch dieser... Ich war ja früher, weil bei mir im Freundeskreis war es wirklich so ein Ding, dass ich so ein bisschen als der Obelix, der ins Bierfass gefallen ist, früher als Kind war. Ja, safe, natürlich. Ja, das war ich immer. Das ist ja nochmal so ein Ding. Das kannst du einfach nicht vergleichen. Deswegen finde ich auch immer noch, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, ist es von dir aus gesehen tatsächlich borderline asozial, dass du öfter schon auch diesen... Ich verstehe das, ich mag auch Peer Pressure. Ich bin auch eigentlich ein Fan von Mobbing. Ja, ist auch gut, genau. Mobbing hatten wir auch schon mal als Thema. Ihr merkt schon, wir haben heute nicht so wirklich viele Themen. Es wiederholen sich so ein, zwei Segmente, die wir vor Monaten schon besprochen haben. Aber ich bin schon ein Fan von diesem, wenn man sich trifft und Achtung, Alkoholverherrlichung und der einzige Plan ist, heute wird zusammen getrunken, dass man dann auch mal so ein bisschen Druck macht. Und wenn man der ist, der ultra Bock hat und neben einem ist einer, den musst du noch so ein bisschen angeknipst bekommen, den zwingst du dann auch und den zwingst du schon so, dass er auch das Tempo mitgeht. Aber aus deiner POV ist es, wie gesagt, schon echt, also das kannst du halt nicht machen. Du kannst nicht mit Umberto oder auch, ich meine, ja mit mir auch nicht, aber das kannst du nicht machen, kannst du nicht voraussetzen, dass die Person neben dir das gleiche Tempo und das gleiche Volumen mitgehen kann. Das geht einfach nicht. Soll ich mich jetzt entschuldigen oder was? Nee. Mach ich auch nicht. Mach ich auch einfach nicht. Ich verstehe das. Ich verstehe das auch schon länger. Aber was, jetzt versetze ich mal, setze ich mal auf meinen Stuhl, setze ich mal auf meinen Stuhl und versetze ich mal meine, was soll ich denn machen? Soll ich dann sagen, hier, ich trinke eine 0,5er Hülse in der Zeit, wo du eine 0,3er trinkst? Das ist auch scheiße. Ja, das bringt ja auch nichts. Es gibt keine Lösung. Du müsstest vorgepegelt in den Abend gehen, glaube ich. Also du müsstest halt mit dem Handicap starten. Ich müsste drei Liter drin haben, oder was? Ja, du müsstest, ja, das ist doch auch Bullshit. das ist ganz schön heftig, aber du müsstest so, du müsstest so mit zwei Halben schon mal vorher gestartet haben. Dann bringt es auch nichts. Ich bin zwischen dem vierten und achten, zwischen dem, also der dritte und vierte Liter ist bei mir so stark, dass ich sowieso alles zersäge dann. Das ist wie in meinem ganzen Leben einfach. Jetzt bin ich gespannt. Keine Ausdauer. Außer früher beim Fußball halt mal so ein bisschen, weil es dann irgendwann halt von alleine kam. Das ist geil, ey. Ansonsten, nee. Sprint gut, Ausdauer schlecht. Keine Ausdauer könnte die Überschrift für dein Leben sein, ne? So serious. So dieses, das hat mir eine Woche Spaß gemacht, jetzt nicht mehr. So diese, also, der Podcast war mal gut, der war erfolgreich, ich mache was anderes. Da gibt es andere Gründe. Stick to the plan. Die Leute haben Hoffnung. Tegen ist bald wieder da. Also da kann ich euch schon mal sagen, an alle, an alle, an alle Scam-Hörer hier. Die beiden haben verwirkt, dass sie im Office-Kontext hier ihren Podcast aufnehmen dürfen. Das hat, das ist mir leider zu sehr Stop and Go. Wir könnten gerne, worüber wir, Das ist schon wieder so kacke, weil es wird nie einen Nicht-Office-Kontext geben. Egal welche Uhrzeit, es wäre immer Office-Kontext. Darum geht es nicht. Es geht darum, es geht darum, dass das Thema hier so aufgehangen wird und wir wieder irgendein Projekt irgendwie in den Raum werfen, den wir dann plötzlich in den Kosmos hier mittragen, der dann wieder mal so ein Rockrepierer wird. Darum geht es mir. Das ist einfach nicht, das ist es nicht. So, wir können gerne, da können wir mal, jetzt lass uns mal, das können wir direkt jetzt hier besprechen. Was hältst du davon, wenn wir diesen Podcast nicht komplett aufbrechen, aber wenn wir so einmal pro Monat den Joker haben, dass einer von uns beiden mit Arne eine Episode aufnimmt. So ein Slow-Start. So eine, oder mal zu dritt. So, dass wir es einmal im Monat so eine Special-Episode mit Arne Thesen. Aber dann hier in dem Deckmantel oder was? In dem Deckmantel einfach erstmal. Ist wie ein Podcast-Gast, aber dann sind wir bei Podcast-Gast, das ist das Problem. Wir müssten halt fundamental die Idee, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber da können die Leute mal ein bisschen Feedback geben, was ihre Wünsche wären. Als du krank warst, einmal habe ich mit Martin aufgenommen. War jetzt auch kein kompletter Rohrkrepierer. War ein Lückenfüller, gar keine Frage. Martin Stuhl ist ein Lückenfüller. Ja, genau. Ist ein Lückenfüller, aber mit Tresen wäre, wir nehmen das mal mit. Gerne mal Feedback dazu. Wir nehmen das mal mit. Ja gut, die Leute sind nostalgisch, die wollen es einfach wieder zurück. Das ist halt, am Ende ist es immer so. Den könntest du jetzt auch was Neues, Tolles geben, die wollen am Ende das Alter haben. So funktionieren die Menschen, das weißt du selber. Ja, deswegen, aber gut, aber würden sich viele Leute zum Beispiel Tegen und mich in einem Podcast anhören, wahrscheinlich erstmal, also sie würden eine Chance geben. Das wäre was Neues. Es würden schon auf jeden Fall Leute zuhören. Ja, denke ich auch. Aber keine Ahnung. Aber das ist ein schwieriges Thema. Aber wäre gut. Führt dazu, dass man dann nicht immer Podcasts aufnehmen muss. Mehr unsere Urlaubsplanung reinpacken können. Ich bin gestern, weil unser Tank ist schon wieder schlechter geworden. Ja, was dachtest du denn, das ja in einer Woche, wir waren in einer Fußballhalle eine Woche lang. Ich war krank, du bist, du hast dich jetzt angesteckt auch noch, also wir sind jetzt beide quasi krank. Ich habe, gestern ging es mir schlecht. Dir geht es immer noch schlecht, deine Nase ist total zu. Ja, die ist zu, aber gestern hatte ich Schnupfen, heute ist sie zu. Und heute, ich habe meine, gestern Abend hatte ich Gelenkschmerzen, heute nicht. Das heißt, ich habe, und ich habe, ich habe heute Nacht in T-Shirt, Boxershort und zwei Decken geschlafen. Also ich habe so ein bisschen, ich habe versucht zu schwitzen, ich glaube, habe ich geschwitzt. Habe gut geschlafen, früh geschlafen und gefühlt geht es mir heute schon wieder besser. Also gefühlt habe ich diesen, wenn ich heute jetzt noch was Gutes esse und viel trinke und so, dann könnte es sein, dass ich aus deiner, weil du hast mich ja offensichtlich angesteckt, ist es offensichtlich das Gleiche? Nee, dasselbe, es ist genau dasselbe. Sehr sicher halt am Donnerstag, als wir Bounce-Ausendung hatten und ich da gerade mein Kram ausgebrütet habe. Alter, der Tisch, der sitzt ja immer noch. Du hast da, weiß nicht wie viele Liter. Der ist, also da kannst du dich auch immer noch anstecken, glaube ich. Der ist kontaminiert, immer noch. Da ist so viel Flüssigkeit noch überall, dass die ganzen Bakterien überleben konnten und so. Ja, ist ärgerlich gelaufen. Erste Erkältung oder was auch immer es genau war, ich kann es mir halt auch gar nicht erklären, ist das Schlimme. Also es war jetzt noch nicht mal sonst, weißt du ja eigentlich immer, hm, okay, da hing ich mit Person X rum, die ein bisschen krank war oder im Office-Kontext war der ein bisschen krank, hat ein bisschen zu viel Zeit verbracht oder so. Einfach verkühlt oder so geht der auf, falsche Klamotten angehabt. Im Zweifel halt echt verkühlt, aber das ist halt kacke, weil sich verkühlen ist halt immer dumm. Wann warst du letztes Mal krank Donnerstag? Wir haben uns sonntags im Stadion noch nicht verkühlt und dann ist das erst vier Tage später. Ich werde nicht vier Tage später von sowas krank. Also es muss irgendwie unter der Woche passiert sein und da, weiß ich nicht, aber richtig, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal zu lange irgendwo war und mir kalt war oder so. Deswegen ist das ganz, ganz komisch. Mir war auch nicht kalt, ich weiß, bei mir ist es 100% von dir, weil mir ging es jetzt eigentlich echt gut, mir ist es 100% von dir. Es ist halt wirklich nervig, es ist einfach nervig. Also jetzt heute ist der erste Tag, wo ich auch wieder, obwohl es mir jetzt noch nicht perfekt geht, wo ich wieder, ich würde auch heute wieder trainieren zum Beispiel. Das wäre jetzt immer noch nicht, also für die meisten Menschen immer noch nicht vernünftig, aber würde ich auf jeden Fall machen, um einfach langsam auf die reinzukommen. Nur halt gescheit und nicht so wie du du trainierst. Ich trainiere immer gescheit und das ist immer wie ich trainiere. Na klar. Und auch aus der Krankheit raus trotzdem versuchen zu PR'n. Naja klar. So macht man das nämlich. Weil das ist, manchmal muss man ausnutzen, dass das wie bei einer Kerze ist, so ist es kurz davor zu erlischen und dann wird der Docht aber nochmal richtig, weißt du, dann flammst du mal ordentlich auf. Und diese Phase, wenn du die nicht mitnimmst, dann lässt du Gains auf der Strecke. Und da muss man halt auch mal, da muss man mal in Kauf nehmen, dass man ausbrennt. Dass die Kerze auch mal aus ist für ein paar Tage. Muss man in Kauf nehmen. Okay. Den flammenden Docht musst du mitnehmen. Ich weiß nicht, warum du, wenn du diese, also ich hab das jetzt gerade, du hast wirklich über Training gesprochen, ne? Du warst bei Bumsen, oder? Ich war bei Bumsen, ja. Du warst irgendwas mit Docht und Flamme und Heiß. Der flammende Docht könnte locker der Titel sein von so einem Roman mit so einem Langhaarigen auf der See, wenn dann die ganzen, die ganzen Anfang bis Ende 40-Jährigen No Front und alle draußen, die zuhören, liebe Grüße, ich mag euch alle gerne, seid tolle Frauen, die sich das so reinziehen, weißt du? Um mal wieder so ein bisschen, um mal wieder ein bisschen Bewegung in ihr Leben zu bekommen. So Rüdiger sitzt daneben, mit seinem aufgewärmten Mikrowellen essen und dann sagst du einfach, komm Rüdiger, weißt du was, bleib heute einfach länger auf der Couch, guck deine Serie, ich geh ein Buch lesen und dann liest du den leuchtenden Docht, den brennenden Docht, damit der mal wieder ein bisschen warm wird untenrum. Oh, ich muss mich übrigens da, Public Service Announcement, dann kannst du Fragen stellen. Ich habe einmal kurz Public Service Announcement, ich habe nämlich vergessen zurückzuschreiben, das lag aber wirklich daran, dass jetzt viel Stress war mit der Virtual Bundesliga und ich auch krank war und ich hatte auch einfach keinen Bock. Also eigentlich war es Argument 3. Nee, aber halt schon auch noch beeinflusst von Argument 1 und 2. Wir haben nämlich, du erinnerst dich mit Sicherheit noch bei der Eintracht, bei unserem letzten Heimspiel als Karneval war, waren da so verkleidete Damen, die auch so lautstark mit gesungen haben und so weiter. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich noch, ja. Und da habe ich on air, ist mir rausgerutscht, nachdem halt die eine Dame, du wirst dich auch noch an jemanden erinnern, wo sie wirklich halt mit so einer richtig kräftigen Stimme halt so leicht besoffen. Die war als Teufel verkleidet. Ja, die dann halt so geil angefangen hat zu singen. Und dann meinte ich so, Alter, dann meintest du auch so, ja, nice. Und dann meinte ich so, ja, das ist Hammer, das ist richtig geil und dann habe ich halt, dann habe ich, ich weiß nicht mehr genau, was das Zitat war, ich habe irgendwas gesagt, so wie, geil Mann, das ist so eine richtig, das ist eine richtig kernige, kernige, dörfliche Frau. Irgendwas mit gebärfreudigem Becken hast du gesagt. Und danach habe ich auch noch gesagt, ein gebärfreudiges Becken mit Sicherheit und so. Oh Gott, ja, ich weiß was. Und dann hat sich die Dame auch völlig zu Recht, weil sie es halt so aufgenommen hat, wie sie es aufgenommen hat, hat sich halt bei mir beschwert oder meinte halt so, dass sie das echt schade und traurig fand, als sie das im Nachhinein dann gesehen hat, weil die sind extra angereist, haben uns angefeuert und so, um dann halt so dargestellt zu werden im Stream. Und da möchte ich mich an der Stelle einmal entschuldigen. Ja, zu Recht, Mann. Da möchte ich mich entschuldigen, weil das kann man natürlich so aufnehmen. Also erstmal möchte ich betonen, das hatte wirklich 0%, auch wenn das keine Rolle spielt, irgendwie mit äußerlichen Sachen zu tun, dass sich irgendwie gebärfreudiges Becken, weil da vielleicht irgendwer ein paar Kilo zu viel hat oder so, 0%, das hatte einfach damit zu tun, dass sie halt in, weiß ich noch nicht mal mehr. Hä, nein. So, und das hat einfach wirklich damit zu tun, sorry, wenn ich das so sage, die waren noch alle attraktiv. Ja, dass sie inbrünstig, also wirklich inbrünstig da halt gesungen hat und mit so einer geilen Stimme halt und halt so leicht einen drin, schon ein bisschen kratzig. Ja, genau. Und deswegen habe ich gesagt, geil, Mann, das ist so kernlich dörflich und das ist ja für mich ein Lob. Ich komme selber vom Dorf. Wenn ich meine romantischen KGB-Stories erzähle, wie da damals Korn und gelbe Brause getrunken wurden und du warst auf so einem Dorffest, dann ist das für mich ja nicht despektierlich gemeint, dass die Leute alle dörfliche Trottel sind und scheiße aussehen, dann meine ich das eigentlich romantisierend. So, deswegen, ich wollte das nur einmal erklären, ich meine das wirklich nicht böse. Ich hoffe, falls du noch zuhörst oder Podcast guckst, an der Stelle wirklich Entschuldigung und ich hoffe, dass der Support der Eintracht dadurch nicht weniger wird. Es war wirklich nicht so gemeint, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass das sehr unsensibel und sehr scheiße rüberkam. Ja, das war, ich kenne das, ich habe das Zitat auch vor Augen. Und gegen gebärfreudiges Becken ist auch absolut nichts auszusetzen. Das ist jetzt wieder die Frage, was wenn du, vor allem, also erstmal, die Situation ist ja folgende. Wir hören einen Gesang aus einer Mädchengruppe, aus einer Mädchen-Damen-Mannschaftsgruppe, die verkleidet auf der Tribüne sitzt. Verkleidet. Nachdem sie den ganzen Tag 11.11. Straßenkarneval gemacht haben. Und die Stimme ist ein bisschen verraucht und sonstiges. Und du hast ein Mikro dran. Ja, jetzt komm, lass uns auch mal nicht untertreiben. Das war eine Stimme, wo schon erstmal so, sie fängt an zu singen und auf einmal alle so, aber dann halt auch so den. Weißt du, machst du noch so den und danach auch nice. So, den hat man halt gemacht. Aber daraus jetzt, also dann, dass du dann, dass deine Hirnwindungen da losgehen, so wie gerade mit deinem Alfredo und brennendem Docht-Geschichten da, die du jetzt gerade vor fünf Minuten präsentiert hast. Ja, hab ich die ganz wuselig gemacht, die älteren Damen da draußen wahrscheinlich gerade mit dem flammenden Docht und mit dem langhaarigen. Ja, da bin ich jetzt wieder zurück. Also, Entschuldigung, ich glaube, das war eine Kölner Volleyball-Mannschaft. Entschuldigung, ist, glaube ich, hoffentlich angekommen. Ja, bitte. Wie gesagt, also es tut mir, ich sag noch nicht mal, ich mach, und das musst du jetzt auch merken, ich mach noch nicht mal den mit, ja, wurde ich halt falsch verstanden, Scheiß drauf, Digger, kann ich doch nichts für, dass ich falsch verstanden wurde. In dem Fall gebe ich die Schuld wirklich absolut zu. Ich habe extrem viel Raum gegeben, um mich sehr falsch zu verstehen und deswegen war das unsensibel und scheiße. Ja, nee, solltest du aber auch. Es wird sehr wahrscheinlich trotzdem noch mal passieren. Das ist leider so. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das passiert nicht noch mal, weil am Ende habe ich ein Mikrofon an und erzähle halt leider Quatsch und man hört alles. Ja, ja. So, das ist gefährlich. Mann, dass wir noch nicht gesperrt wurden diese Saison, ist einfach nur ein Zeichen davon, dass unsere Gegner nett waren. Stimmt. Also der Großteil. Ja. Ja, okay, krass. Ja, du hast recht, aber das ist ein gutes, das ist eine gute Entschuldigung, die müsste angenommen worden sein. Also, du müsstest auch gerne, gerne Bezug nehmen dazu, ob du angenommen hast oder nicht. Ich schreibe gleich einmal zurück, wenn man Entschuldigung sagt, das ist das Thema erledigt. Müsste durch sein eigentlich. Ja, müsste durch sein. Das ist die Gürsche-Regel. Ja, okay, gut. Zurück mit der, du hast mal, ich habe gerade fast geweint vor Lachen, als du deine, was ist in deinem Kopf passiert gerade, als du irgendein Roman aus deinem Kopf gesponnen hast, mit einem Langhaarigen, der auf einem Boot irgendwelche Mittel, was, Frauen, was? Es gibt's doch. Nein! Nein, du kennst doch diese, es gibt diese Bücher, wenn du mal durch so ein, wenn du so ganz verzweifelt, ist ja bald wieder Weihnachtszeit, wenn du so verzweifelt in so eine Mayasche gehst oder in so ein Ding, du brauchst halt nochmal, ja, du brauchst halt nochmal ein Geschenk oder so. Und was machst du, wenn du im Zweifel nichts hast? Gehst du halt ein scheiß Buch kaufen. So, oder? Das ist ja, in so einer Mayasche hast du ja noch die Option auf was anderes. Fällt dir irgendwie ein richtig lustiges Gesellschaftsspiel oder so in den Blick? Gibt's Lust da auch? Gibt's auch. Okay. So, oder du kannst auch da einen Kalender kaufen oder so oder irgendwas. Also da hast du halt die Chance, du gehst hin, um ein räudiges Notfallbuch zu kaufen, hast aber die Chance, dass dir irgendwas ins Auge fällt und du denkst, okay, jetzt hab ich wirklich ein vernünftiges Geschenk. Und wenn du da mal langläufst, es gibt halt wirklich, und es sind ja auch Memes, es gibt zig von diesen Romanen. Das sind alles so diese gescheiterten Schriftsteller, die es halt nicht geschafft haben, mal so ein wirkliches Drama oder mal eine wirklich tolle Geschichte zu schreiben und die haben dann irgendwann gesagt, so, weißt du was, scheiß drauf, ich rotz jetzt ein erotisches, erotisches Drama nach dem nächsten raus. Und da ist das immer, auf dem Cover, das sind dann auch immer, die sehen, kennst du noch Fabio von früher? Das ist jetzt, da verliere ich jetzt gerade viele. Fabio ist dieses eins der ersten im Fernsehen so Sexsymbole, langes, wallendes, blondes Haar, breit gebaut und so und das sind dann immer die, die haben dann blonde, lange Haare bis hier, sind irgendwo auf dem Schiff unterwegs, haben halt so meistens ein offenes Hemd oder wenig an. Und dann ist er, ist der Bootsanlegerhelfer auf dem Ding und sie ist mit ihrem Mann da und der Mann, der ist, aber die wollten auf den Urlaub und eigentlich waren die Urlaube früher waren total erotisch und total toll zwischen den beiden aufgeladen, mittlerweile nicht mehr und er macht ihr die ganze Zeit so ein Kompliment und so ein Ding und dann... Jetzt bist du sehr drin, also jetzt habe ich das Gefühl, du warst schon mal irgendwie... Aber so ein Ding ist das dann? Ja, okay, das verstehe ich. Irgendwelche Storys halt, wo man sich dann reinfühlt. Da verstehe ich auch, warum ganz viele Frauen sich davon abgeholt fühlen, sage ich dir ganz ehrlich. Ist okay. Ja gut, habe ich verstanden. Hast du schon mal irgendwas, also hast du schon mal ein erotisches Werk gelesen? Hast du schon mal irgendwas gelesen, was erotisch ausgelegt war? Also ich kann dir sagen... Ja gut, wirst du sehr sicher haben durch irgendwie Sexting oder so, aber abseits dessen, abseits von einer Konversation... Nee, nicht von meinem eigenen Chat so. Nee, nee, also genau. Was von einer Drittpartei, die nicht an dich gerichtet war? Hast du da schon mal dir was erotischen Content via Schrift gegeben? Ja, pass auf, habe ich schon mal, kann ich dir sagen, ich habe da nämlich gerade drüber nachgedacht, woher ich jetzt gerade so diese... Doch, meine... Ich hatte, als ich mit einer... Während meiner Ausbildung war ich mit einer Dame zusammen, gute Frau übrigens, gewesen und auch, die ist jetzt mittlerweile verheiratet, hat ein Kind und solche Sachen so, die ist richtig erwachsen. Die, die hat solche Romane immer gelesen, wo da, also im Wesentlichen alle 30 Seiten irgendwie gebumst wurde, so. Ja. Also ich meine, modern ist jetzt natürlich, die moderne Antwort darauf ist ja Fifty Shades of Grey und so weiter, was halt gefühlt alle Frauen von 20 bis 33... Wie alt ist das denn? ...haben ja so ein Fifty Shades of Grey-Buch zu Hause oder nicht? Ja, aber das ist ja nochmal ein bisschen extremer, oder? Da sperrt der eine, die doch gefühlt so... Ja gut, da ist es ein bisschen expliziter, da geht es halt sehr an diese Ich-Dominier-Dich-Geschichte. Da habe ich glaube ich den Film mal irgendwann geguckt, mit einer Frau auch glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Ja gut, das ist jetzt erstmal nicht so abwegig, dass man mit einer Frau guckt und dann... Aber jetzt, Fakt ist, diese Bücher und das war wirklich so... Beides auch schon wieder, also komm gleich zu deinen Büchern, aber ich finde dieses, du guckst mit einer, also was ist das für eine Basis? Ich würde auch gerne die Storys dazu mal hören, dann wirklich die Erfahrungsberichte, wenn du... Oh, das ist spannend. Das ist so awkward, man. Jetzt sind wir drückt. Es ist awkward, die du entweder auf dieser Ebene noch nicht so kennst oder halt mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, guckst und dann guckst du diesen Film und wie viele Ebenen gehen denn da auf einmal auf? Du guckst diesen Film, dann ist deine eigene Sexualität mit der Frau, jetzt mal aus Männersicht, ist null so aufgebaut, wie das, was da in dem Film passiert. Dann ist so dieses, okay, wie toll findet sie das jetzt, was sie da gerade sieht? Du willst es eigentlich wissen, traust dich aber nicht zu fragen. Genau, dann ist das unangenehm. Dann jetzt so, ja was jetzt? Muss ich jetzt das halt auch die ganze Zeit machen? Ja, ja. So, müssen wir das jetzt direkt ausprobieren und also wie viele Ebenen dann da aufgehen? Und wir wissen alle, niemand redet vernünftig miteinander. Ja. Also für wie viel Leid dieser Film schon gesorgt hat. Ich sag dir, also der hat für Pleasure auch schon gesorgt mit Sicherheit. Ja, aber der hat wirklich, genau, safe, aber der hat ganz viel Leid, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Frustration oder so gesorgt. Das stimmt, ja. Ja, wir haben, dieses nicht miteinander reden hatten wir ja schon mal so ein bisschen, ne? Aber ich schwöre dir, ich, ich, also das ist ja das Witzige, ich schwöre dir, Frauen haben genau das, die haben so dieses, ah, das wäre vielleicht mal interessant für mich, das würde ich mal, aber dann hätte ich gerne eine Ebene mit dem, das und so. Und diese Ebene, in wie viel Prozent der sexuellen Beziehungen in, also überhaupt auf der Welt oder in Deutschland zumindest, da wo man, wo man den, wo man auch so ein bisschen die Gesellschaft so besser kennt in dem Umgang damit, wie viel Prozent kriegen das hin, diese Ebene zu kriegen? Ich sage, ich sage ehrlich, ich sage, 98 Prozent nicht. Ach, jede 50, es schafft nur jede 50. Beziehung da draus oder jede 50. verkehrende Couple oder whatever oder jeder 50. Verkehr, jede Verkehrslinie ist irgendwie, ist irgendwie auf dem Niveau, sich sowas erarbeiten zu können. Ich sage es, jede 50. Das ist richtig krass. Die 732, die dann von A nach B fährt, sind wir schon bei den Bussen angekommen. Ja, also würde ich jetzt auch davon ausgehen. Also over nicht, aber anderer. Es ist schon ein Outlier, wenn zwei Personen überhaupt in der Lage sind, da so ein bisschen drüber zu reden. Ja, genau. Und dann geht es ja eher, keine Ahnung, meistens sind dann diese super offenen Gesprächsebenen, sind dann wahrscheinlich davon geprägt, dass vorher es halt eine Person schon gab, die einfach extrem offen mit allem umgegangen ist und dann die andere Person so mehr oder weniger keine Wahl hatte, als sich da voll drauf einzulassen und dann auch da natürlich voll drauf einzulassen, das so zu machen. Ja, genau. Aber das wird ja oftmals nicht, also wenn man das halbwegs vernünftig eingießt oder sonstiges, also eingießt im Sinne von darüber spricht und das gut aufrollt und mit sensibel beachtet das Thema, führt das ja nicht dazu, dass man, also das führt ja nie zu etwas Schlechten. Also das ist auch mal, das ist vielleicht auch sogar ein Aufruf, das führt nie zu etwas Schlechten, sensibel und sauber über Themen, Bedürfnisse oder sonstiges zu sprechen. Niemals. Es kann nicht zu etwas Schlechten führen. Aber ich finde auch, also das Thema ist ja sehr, es ist immer extrem in Richtung der Frau gedacht. Weil eigentlich reden wir ja dann immer über die, die unzufriedenen, unbefriedigten Frauen, die eigentlich X wollen und vom Mann Y bekommen. Sorry, da muss ich auch mal sagen, ich bin jetzt, das ist der alte Mann, der darüber spricht, weil er sich schon mit zwei, drei Frauen darüber unterhalten hat. Ihr Männer da draußen, ihr seid auch wirklich so dumme Idioten in diesem Umgang. Wie könnt ihr denn, wie könnt ihr denn so mit den Frauen umgehen? Sorry, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie könnt ihr denn? Olaf ein ganz gefühlvoller, ihr merkt schon. Darum geht es nicht, aber ich schwöre, ich gehe auf die Bedürfnisse der Frauen ein, Mann. Weil du als Mann, ich schwöre, du weißt jetzt einfach von der ganzen Community raus, dass du ein richtig krasser, richtig krasser, das habe ich nicht gesagt. Dolphin Sounds. Nein, ich habe nur gesagt, das meine ich auch ernst, ich habe nur gesagt, ich glaube, das ist der einzige Punkt, als Mann hast du eh immer Spaß. Du hast doch eh immer Spaß, also kannst du dich doch auch um die Bedürfnisse, und es macht doch viel mehr Spaß, wenn die Frau auch Spaß hat. Du kannst mir das auch nicht erzählen, wie fühlt sich der Typ, wenn du wirklich einfach nur denkst, oh geil, die Alte, die mache ich jetzt weg, so wie ich das für in zwei Minuten oder sonstiges. Wenn das dein Antrieb ist und du das machst, dann hast du doch da nichts von, dann kannst du dich auch selber einen unterholen. Sorry, Mann. Papa Platte, Speedrun. Das ist doch dumm. Speedrun müssen wir machen. Das ist doch dumm. Speedrun Rekord. Ey, du kannst auch, das kannst du ja sogar auch noch machen, wenn du in einer funktionierenden Beziehung bist und sagst, ey, sie so, ich hab jetzt doch nicht so Bock oder sonstiges, und du sagst einfach, doch, ich jetzt schon, jetzt musst du einmal hinhalten, so ungefähr, ist auch noch okay. Muss man drüber sprechen, ist dann in Ordnung. Aber alles andere macht doch gar keinen Sinn, dann kannst du dir doch lieber selber einen runterholen. Sorry. Ja, jetzt meine ich doch, das ist doch wirklich so. Was willst du denn? Ich weiß, das ist ja komplett abgekürzt. You held your first. Aber das war eigentlich mein Punkt, aber deswegen ist es auch zu Recht nicht dramatisiert, weil wie gesagt, die These ist ja, und also würde ich auch selber, wie gesagt, nicht bestätigen, dass ja extrem viele Männer dieses, was möchte man eigentlich wirklich oder was findet man eigentlich wirklich geil, die wenigsten Männer das ja wirklich wissen, aber halt auch, man ist halt auch mit sehr viel zufrieden. Deswegen sag ich ja, ich bin wirklich, das meine ich 100 Prozent, ich bin zufrieden, wenn die Frau zufrieden ist. Meine ich ernst. Macher-Statement. Macher-Statement. Da haben wir es nämlich. Alter, da hast du gerade viele Sympathiepunkte. Nee, das ist so. Leidet in die DMs. Da muss ich mich auch nicht verschämen. Du musst jetzt, du musst es gar nicht so raushauen. Glaubst du, du kriegst eine DM von dieser Aussage, von dieser Episode? Glaubst du, du wirst ein, zwei DMs bekommen? Dass eine Frau, die sich gerade sehr angesprochen fühlen, oder sowas wie, hätte ich nicht gedacht von dir, oder so? Von ein paar Frauen, die sich mal jetzt mal ihre Bedürfnisse abholen wollen. Aber dann müssen es Frauen sein, die neu in den DMs sind. Also nicht so welche, die eh schon immer so auf, die so auf Sachen reagieren. dann wird der Kreis jetzt natürlich klein, ne? Dann wird er klein, genau. Dann ist der Teich auf einmal sehr klein geworden. Ja, aber das wäre mir jetzt, das wäre interessant. Das, dann würde ich das aber auch verlesen. Nächste Woche. Oh Gott, jetzt schreibt dir keiner mehr. Jetzt hast du es verkackt. Nein, ich würde es nicht verlesen. Jetzt hast du es verkackt. Ich würde es natürlich so, ne? Ihr könnt mir gerne dazu schreiben, ob ich es verlesen darf, ob ich Namensnennung, geht auch. Ich mache auch Namensnennung nächste Woche. Ich lese mir diese, ich kopiere die, ich schicke die Dirk, wenn ich darf. Ihr dürft, ihr dürft vorgeben, in welcher Diskretionsrolle das da irgendwie abgeht. Aber ich verlese es auch mit Namen, ist mir egal. Können wir gerne machen. Das würde mich interessieren. Ich stelle mir diese Podcast-Welt vor, in der du jetzt einfach nächste Episode davon erzählst, wie du da, ja. Wie ich da warst? Weiß ich nicht. Verräumt hast wie bei Lidl, Alter. Es geht nicht um, es geht doch erstmal nicht um Verräumen, es geht doch erstmal nur darum. Wir brauchen noch, wir brauchen noch ein paar Hilfen, 12,50 Euro Mindestlohn wohl angehoben, kommt vorbei. Gut. Ja. Lager einräumen. Solange die, solange die Chefin zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Verstehst du? Wo hast du mich jetzt hier hingeschoben mit deinem langhaarigen Matrosen, Alter? Fabio hat dich wuschelig gemacht, sei ehrlich. Das ist auch okay. Gott, Alter, kriege ich das. Hat Fabio dich kurz mal wuschelig gemacht. Da kriege ich die Fresse dick schon wieder. Ey, das wird schon wieder. Ja, der Kieser 1, 2 DMs und dann ist wieder gut. Ja, hoffentlich. Wenn ich da jetzt leer ausgehe und gleichzeitig mir von den ganzen mächtigen Männern in unserem Umfeld auch dann muss, was ist das jetzt da? Ist das ein Sport-Podcast oder ein Sex-Podcast? Dann ist das schon wieder, dann wäre das eine andere Nummer. Ein Sport-Podcast ist schon lange nicht mehr, für alle, die es so nicht gemerkt haben. Ich glaube, jetzt ist keiner mehr da, der das nicht gemerkt hat. Das ist das Gute an der ganzen Sache. Ja. Wobei, wir haben ja Sport produziert am Wochenende, Dirk. Oh, das ist jetzt die cleane Transition. Herzlich willkommen an alle DFL-Menschen und Virtual-Bundesliga-Leute. Hört euch die letzten 29 Minuten nicht an, bitte. Ich will aus der Story raus, schnell. Ja, war super. Ein höchst respektvoller Umgang mit super Menschen. Sehr professioneller Umgang. Es war eine tolle, tolle Sache. Wenn ihr zufrieden seid, sind wir zufrieden. Ja, wir wollten euch doch nur zufrieden stellen. Wir hoffen, wir haben die richtigen Buttons gedrückt. Wir müssen echt, wir müssen. Und der Docht ist nicht entflammt. Was war der? Nee, dafür war ich zu krank. Der Docht konnte am Wochenende nicht entflammen. Ey, fuck. Ich bin wirklich raus. Du hast mich in eine Situation gebracht, die ich nie im Podcast erreichen wollte. Ja, so komm. Dann machen wir es jetzt trotzdem. Wir haben also Virtual-Bundesliga, das erste große Event und auch das letzte große Outdoor-Event für uns in diesem Jahr zumindest. Stimmt, wir können uns einbrucheln. Sehr wahrscheinlich. Ist erfolgreich vonstatten gegangen. War sehr, sehr intensiv. Natürlich auch schon mit Aufbauarbeiten, die ja schon Mittwoch starteten, glaube ich. Mittwochabend, ja. Ja, Mittwoch. So, ich ja erst Freitag das erste Mal vor Ort gewesen. Deswegen habe ich schon auch einen Großteil der Aufbauten nicht mitbekommen. Aber wurde wirklich, also, das war echt ganz geil. Also, es war ja auch schon wieder neu, weil dadurch, also, es war halt ein ganz anderer Aufbau. Es war halt mal was anderes als Sand aufschütten und irgendwie gucken, dass es halbwegs gut aussieht. Also, halbwegs, ist ja auch meistens auf der Giant Beach Tour so. Und das war halt in dieser Straßenkicker-Base von Poldi, haben wir da halt ein bisschen was aufgebaut und halt auch mit diesen Gaming-Stationen und dann halt mit diesem Studio, was da aufgebaut wurde. Das sah schon cool aus, ne? Das sah richtig gut aus. Es war wirklich, da war ich so erstaunt mit so Alter. Also, es war mal wieder so, wie ich mich auch immer ärgere, wie jetzt das neue Virtual-Bundesliga-Studio da drüben aussieht, wenn ich da halt hierher gucke. Es ist so dieses Alter, wir können, wenn wir wollen, können wir richtig professionell. Wenn wir für extern arbeiten, können wir wirklich seitlich glänzend arbeiten. Genau das ist wieder aufgefallen. Wirklich. Die letzten Tage, weil Dirk und ich saßen da gestern, um das einmal ranzuholen, wir saßen in dem neuen Studio für die Virtual-Bundesliga, was wir hier reingebaut haben und ich komme hier heute Morgen jetzt gerade wieder rein und war immer noch, ich war gestern Abend schon sauer, als ich die ersten Shots gesehen habe aus dem Studio und ich bin schon wieder sauer. Ich finde es hier jetzt nicht schlecht. Aber wir arbeiten halt... Das ist ja immer noch charmant, aber das, was man hier sieht, ist ja auch okay. Ist ja auch gut. Ja. Das geht noch geiler, aber am liebsten würde ich jetzt auch halt. Da drüben stehen halt so geile Sessel. Ja. Ich will auch unsere Volleyball-Sendung in so einem Sessel machen und so geil und alles sieht schön aus. Weiß ich nicht, Alter. Ja, am Desk ist schon besser. Das ist schon besser für die Volleyball-Sendung. Aber... Ja, aber das ist... Weiß ich nicht. Wir haben hier so scheiß... So Billow-Stative. Wir haben Kameras, die Bruchteilkosten, die schon 8000 Jahre abgeschrieben sind. Die Pflanze ist aus Plastik, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Das Aquarium ist nicht echt. Ja. Wir können den Bildschirm überhaupt nicht richtig bespielen. Der ist einfach nur... Wir packen mein Video drauf. Die Bildschirme hängen auf wirklich... Das ist wirklich ein grenzwertiges Setup, was wir hier haben. Überall liegen Kabel. Ja gut, das würde sich aber nie ändern in dem Studio. Überall sind Bakterien oder auch Viren oder was auch immer da als genau der Grund war. So eine Scheiße, ey. Wirklich. Ja, so. Das ist das Ding. Zurück zu deinem Aufgaloppieren an dem Freitag. Ach so. Ja. So dann. Freitag erstmal mit allem so ein bisschen Affiliated machen. War ja dann auch gerade aus meiner Sicht dann ja auch viel neu. War jetzt so das erste Mal, dass wir oder ich dann auch halt bei so einem Event dann wirklich mal mit externen Talents arbeiten durften, schrägstrich mussten. Und das halt war... Halt das erste Mal so war wirklich diese, ne, von außen gesteuerte Redaktionsarbeit. Ja. War ja sonst immer... Also gut, ich meine, wir haben auch schon mal so ein paar Sachen gemacht, wo dann am Ende das andere ausgeführt haben. Aber es ist ja trotzdem jetzt nochmal was anderes. Und wie gesagt, da so diese Sendung betreuen war natürlich spannend. Erstmal da zu gucken, wie das so ist da, die Arbeit mit denen und dann diese Sendung auch aufzusetzen und dann auch zu sehen, wie sie dann in Volleffekt am Ende war. Und es war auch wieder eine gute... Das war hier wieder... Da hab ich mit Arnie auch irgendwann mal eine Episode dazu gemacht. Es war wieder so ein guter Einwegjob, den ich da gemacht habe. Ja, das hat dir dann Spaß gemacht dann, ne? Weil dieses am Wochenende, also abseits davon, dass es mir jetzt wirklich nicht gut ging und es auch anstrengend war, weil ich war jetzt quasi, also für alle, die es nicht nachvollziehen können, nicht nur habe... Also ich hab halt die Sendung so vorbereitet und bin hier mit den Hosts und so weiter durchgegangen, war dann aber auch während der Sendung war ich dann der Producer, der halt einen Kopfhörer auf hatte, den Jungs halt die ganze Zeit irgendwas auf Ohr sagen konnte, irgendwie durch die Sendung geleitet hat von außen, damit dann halt alles läuft, weil, ne? An die Sachen kannst du ja auch die ganze Zeit nicht denken, fairerweise, das ist so. Und dann hatte ich halt überall meine verschiedenen Screens und Buttons und Laptop und konnte halt Bauchbinden einspielen. Wirk war quasi der Dirigent. Und hab Grafiken gedrückt zu richtigen... Das wäre der Dirigent, so. Ja, halt so, ne? Und das war... Das ist schon... Also als Einwegjob ist das ganz geil. Weil natürlich hab ich mir auch nicht nehmen lassen, da ein, zwei Jokos zu zünden. Auch ein, zwei grenzwertige Sachen. Eins wurde zum Glück nicht gemerkt. Da hab ich noch keinen Ärger für bekommen. Da war ich so sicher, dass ich den Arsch voll bekam. Die finden es auch nicht mehr. Die finden es auch nicht mehr. Ich war gestern kurz davor, einen Tipp zu geben, wo man es dann direkt gefunden hat. Nein! Aber es ist genau richtig gemacht, weil sie klicken es nicht mehr durch, bin mir sicher. Ja. Weil der... Ja. Das wäre... Ja, da waren halt so Sachen dabei, der Niklas Neo, das ist halt auch so, ne? Die Host, ich mein, Tone, der war 96er, das ist ja okay. Da hatte man noch das Gefühl, man ist so ein bisschen, so halbwegs noch dran an der Person. Ja. Und dann der Niklas Neo ist halt ein 2000er, der ist halt in seiner eigenen Sphäre. Das ist halt so wie bei Martin. Ja. Ich hab ja auch inzwischen akzeptiert, dass ich den, dass ich den Jungen nicht mehr erreiche. Freunde werden wir auch nicht mehr. Und dann ist das, dann wurde sich drüber lustig gemacht, dass er Gerd Müller nicht kennt. Also dass er quasi Gerd Müller einfach nicht kennt. Er kennt Gerd Müller als FIFA-Karte, aber er kennt Gerd Müller nicht. Nein, natürlich. Also als Fußballer. Ja. Und dann ist meine große Chance immer, sobald ich sowas höre, dann gehe ich da an meinen Laptop, tippe so ein scheiß Bauchbinder ein und dann steht da halt, ja, Niklas Neo kennt nur Laura Müller oder so. Und das war so harmlos. Das war harmlos und zwei, dreimal bin ich wirklich absolut übers Ziel hinausgeschossen im DFL-Kontext und habe aber noch keinen Ärger dafür bekommen. Ja. Aber das war ganz lustig. Unsere Rolle ist bei diesen, ich muss das einmal, du hast jetzt aus deiner Teilblase erzählt, also, wir haben, die DFL hat uns, wir können, die DFL hat uns eine Ausschreibung geschickt irgendwann im August, dann habe ich da drum gepitcht, habe ein Angebot gemacht, das ist ganz vielschichtig, ne? Zum einen sind das die Remote-Sendungen, also wir bauen hier ein Studio, kriegen heute Abend zum Beispiel das Signal aus den Spielstätten, weil die zocken dann vor Ort, bei sich irgendwie, zu Hause oder whatever, diese einzelnen Vereine, der Fußball-Bundesligisten, der Erste und der Zweiten, die spielen in einem Ligasystem gegeneinander FIFA, auch wenn man es nicht mehr FIFA heißt, aber ich sage es jetzt mal so, damit es jeder versteht, die schicken uns das Signal, hier in die Sendung und hier sitzen Hosts und die machen dann das Sendungskonzept von Dirk und arbeiten das so aus, bei uns, dann sitzen Leute in der Regie, die denen die Bilder einspielen, die Replays einspielen und so weiter, so ist das System hier in den Studios. Dazu gibt es diese Offline-Events, wo alle vor Ort sind, das heißt, da gibt es diese Pods, wo die da, diese Side-Pods, wo die halt spielen, an den Geräten gegeneinander, da sitzen sie quasi gegenüber. Schrecklicher Begriff übrigens, sollte man sich was anderes für ausdenken. Was soll das? Ganz Main-Pod, Side-Pod, was für Pod, Pod? Einfach Gaming-Station. Pod ist doch auch, Gaming-Station. Das sind doch Drogen, oder? Station würde doch gehen, oder nicht? Also Side-Pod ist wirklich ganz kacke. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir waren am Wochenende dann alle Vereinsvertreter und sonstiges da mit den Vereinen, damit die sich da vor Ort treffen und die Dienstleister alle kriegen lernen. Das war ganz cool. Ich hätte lieber hier im Studio angefangen, weil das jetzt war sehr komplex, weil wir mussten ja quasi die Traversen, die wir da aufgebaut haben und so, die ganze Event-Logistik kam von uns, das ist ein Teil. Dann die Absprachen mit der Location und so was alles. Dann haben wir die Sachen aufgebaut. Ehrlich gesagt, das erste Mal so Gaming-Stations aufgebaut. Ja, ja. War wieder ein Blindflug. Hat funktioniert. So, das war alles. Dann jetzt diese Remote-Betreuung und dann kommt dazu, dass wir ja auch, dass du das Sendungskonzept mit den Talents und den Hosts quasi durchsprichst und dann auch durchleitest und sonstiges und das sind so die verschiedenen Bausteine, die diese Produktion haben und dadurch ist bei uns halt auch wirklich jeder Baustein dieses Unternehmens, egal ob das die Event-Abteilung ist, die im Sommer die 350 Tonnen Sand für den CenterCon irgendwo hinschüttet, die sind halt dann dafür zuständig, da den Aufbau der Traversen und sowas zu Deichs und da Catering und sowas alles hinzustellen bis hin zur Produktion und halt dann auch Redaktion sind so alle Bausteine von uns halt irgendwie im Thema drin. Und das war, um das einmal so den Gesamtkontext zu geben, war höchst komplex, hat aber funktioniert. Hat funktioniert, ja. War jetzt erstmal ein solider Start, müssen wir jetzt noch, weiter dranbleiben und dann haben wir da ein... Ja, aber es war schon, also die Leute kennen ja, wenn wir das immer so sagen, das war jetzt nicht so, ja, war jetzt keine 5 und deswegen in Ordnung, weil wir auch nicht erwartet haben, das war schon okay, das war schon wirklich, das war verhältnismäßig auch im Vergleich zu anderen ersten Produktionen oder ersten Chaos-Sachen und so, war das schon recht gut auf jeden Fall. weil wir so viele externe Sachen, das Problem ist ja nur sobald, die Scheiße fängt ja bei uns immer an, wenn wir auf unseren eigenen Kanälen streamen. Also egal, ob das dann auch 3x3 ist oder sonstiges, selbst wenn das für den deutschen Basketballbund ist, da machen wir nur Scheiße gefühlt. Und bei externen Sachen sind wir noch immer, da funktioniert es ja. So, also es ist ja immer nur, das ist ja wie hier das Studio, die anderen Studios bauen wir gut, unser Studio ist scheiße. So ist es ja durchgehend. Deswegen wunderte mich das jetzt nicht 100%. Dennoch, aufgrund der Komplexität des Projektes, muss ich sagen, bin ich all in all total zufrieden. Wenn gleich das halt auch, wenn gleich unser Laden halt immer noch einfach, ist halt immer noch ein Startup. Wir laufen da immer noch zu so einer DFL-Produktion mit irgendwelchen grauen Plastikkisten und regen uns nachts um halb zwölf darüber auf, dass wir diese Plastikkisten als Logistik haben. Weil, wenn wir die nicht hätten, sondern so Cases, die super teuer sind, bräuchten wir auch größere Autos. Die größeren Autos kommen nicht in die Tiefgarage, also ist unser Büro dafür scheiße. Also müssten wir den kompletten Laden auf links ziehen, nur um besser ein- und auspacken zu können. Und da hängen wir halt immer noch wie Sau. Und das kostet einfach immer super viel Energie, das ganze Zeug irgendwie rauszuhäumen. Ist halt, ja. Ja gut. Der Abbau von so einem Event ist halt auch einfach immer wirklich absolut ehrenlos. Ja, weil er halt immer so spät ist. Das ist das Problem. Wir müssten halt eigentlich in der Welt leben, wo wir einfach am nächsten Tag, wo der Montag danach einfach fully bookt und bezahlt, einfach die Scheiße abgebaut wird und dann ist gut. Das wäre halt am einfachsten. Ja, ist halt nicht der Fall. Aber naja, was soll's. Das ist auf jeden Fall, was ich sehr spannend finde, um auf deine Rolle zurückzukommen, im DFL-Kosmos, und das ist ja hochpolitisch, also es ist ja dieses, die dürfen sich ja, das haben wir jetzt auch festgestellt, das ist auch das, warum Fußball da draußen von vielen mittlerweile als relativ, wie soll man das sagen, orchestriert und weichgekocht wahrgenommen wird, weil machst du ein, machst du eine Sache falsch, machst du eine kleine, eine Wortmeldung falsch, machst du eine kleine Bauchbinde falsch, machst du einen kleinen Tweet falsch, machst du das oder sonstiges, dann ist das ein politisches Thema, sofort, ne? Also sofort ein politisches Thema, das merkt man, das schwingt da überall durch und das Krasse ist, und das ist mir wieder aufgefallen, wir sind, glaube ich, die Einzigen, die da trotzdem wieder einen Scheiß drauf geben, weil wir so sehr daran glauben, dass man die jüngeren Zielgruppen mit so einem Produkt anders ansprechen muss. Es geht wirklich nur um Ansprache, dass wir einen Scheißdreck geben. Es interessiert uns nicht. Also natürlich ein bisschen, wir passen uns an, aber dennoch interessiert es dich nicht. Du hast einfach aufgrund deines Spieltriebs die Eier, die heftigsten Bauchbinden im DFL-Kosmos all time zu zünden das ganze Wochenende über und am Ende sagen alle, ey, war voll der coole, voll der coole, voll der coole Vibe. So, weißt du, was ich meine? So, wo ich so denke, hä? Das war wieder ganz, ganz, ganz glattes Eis, auf dem wir uns da bewegt haben, aber es hat irgendwie funktioniert. Ich finde es richtig geil, weil jetzt ist ja der Ton gesettet und es wird ja jetzt nicht mehr eingefangen. Also es wird jetzt durchrollen. Wir werden jetzt heute und morgen wieder dieselbe Art, Content Creation machen und am Ende sagen die ganzen älteren Männer alle, oh, ist ganz cool. Wir haben plötzlich auch eine Facecam oben drin und solche Sachen. So, das sind alles Sachen, die jetzt gerade passieren. Ich finde das total spannend, weil es ja im Wesentlichen nur das ist, was wir schon immer machen, aber das am Markt anscheinend nachgefragt wird. Ich bin da, ich beobachte das, ich freue mich immer, wie wir das so, wie wir das so durchziehen. Wenngleich ich immer darauf warte, dass dann irgendwann wieder was zurückgepfiffen wird, weil die machen, die gehen ja dieselbe Scheiße durch jetzt mit diesem, wir setzen die Leute auf die Couch und lassen die so ein bisschen nicht Sportberichterstattung machen, sondern Sportcontent machen. So, das ist ja die Sendungsauslegung jetzt. Die gehen dieselbe Scheiße durch, die wir vor drei Jahren durchgegangen sind, dass alle gesagt haben, ihr könnt doch keine Facecam oben rechts beim Volleyball-Alment. Doch, können wir, da passiert eh nichts. Und so, die gehen dieselbe Scheiße durch. Genau dieselbe, ich sage bewusst Scheiße, weil es dieselbe Scheiße ist. Gegen kann man auch nur hoffen, dass es da einen langen Atem gibt. Einen ausreichend langen, bis alle stimmen. Das wird natürlich kommen. Ja, ja, safe. Ja, das ist klar. Das ist ja, weil auch schon im Kicker wurde unsere Sendung schon zerrissen, weil irgendein Tweeter zitiert wurde. Ach, das ist wieder, also es ist wirklich alles wiederholt. Ja, es ist alles Copy-Paste. diese von der Süddeutschen oder irgendwas, die Artikel, die dann nach der Joint Beach Tour kommen, ist jetzt genauso was vom Kicker gekommen, der es dann wieder zerrissen hat, weil irgendein Typ oder irgendein Gamer, wo sein bester Kumpel oder was, der darf nicht mehr als Host dabei sein oder wurde halt nicht gebucht und dann... Der wurde einfach nicht gebucht, genau. Ja, so. Ist jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, dass der Scheiße ist, null. Es wurde einfach auf andere Personen priorisiert, wie es halt immer ist am Markt und wenn es dann keinen Platz mehr gibt, dann ist es halt vorbei und dann wird ein Tweet gezündet und dann wird daraus ein Artikel gemacht und alles zerrissen. Kicker, Alter, das ist so geil. Und dann heißt es auf einmal langweilige Kackshow, obwohl es mit Sicherheit so engaging für die Zuschauer war wie noch nie und man das auch via Mathematik belegen kann. Das Dashboard sagt anderes, ja, ja. Naja, lustig. Es ist wirklich überragend und ich finde es auch immer noch spannend, und es ist ja auch spannend, diese Art Menschen und das ist nicht negativ gemeint, aber da laufen halt 18 oder 16 bis 23-Jährige im Durchschnitt, laufen da halt rum und starten für halt die Bundesliga-Vereine in der Bundesliga, also in einem DFL-Produkt im E-Sport halt. Also es ist halt, das war ja mein erster wirklich haptischer Kontakt zu diesen Gamern, wenn man so möchte. Die Creator sind ja auch irgendwie Gamer, aber nicht richtig. Und das sind ja wirkliche, die trainieren acht Stunden am Tag dafür, dass sie ein bisschen schneller reagieren, ein bisschen schneller das Spiel wahrnehmen, um am Ende eine Hütte mehr zu machen als der andere. Ja, also ist ja auch so, die meisten richtigen Gamer auf allerhöchstem Niveau haben ja dann auch nicht die Zeit, jetzt wahnsinnig groß Content zu createn. Also klar, die könnten auch streamen, wie sie halt zocken und trainieren. Wäre aber nicht cool. Und wenn du dann so gut bist, ziehen sich das trotzdem Leute rein, weil bei Fortnite oder so früher auch nicht anders. Die besten Content Creator waren mit Sicherheit nicht die besten Zocker und den besten Zockern wurde halt trotzdem zugeguckt, weil es halt so beeindruckend ist, das und so. Aber ja, die sind halt im Grind drin. Krass, ey. Das ist halt so. Das ist eine spannende Art Mensch gekoppelt mit diesen, das sind junge Männer größtenteils, also mit allem, was diese jungen Männer halt an Style und Wahrnehmung und Kommunikation irgendwie mit sich bringen und an Körperhaltung und an allem, gekoppelt halt mit dieser digitalen Komponente. Finde ich richtig spannend. Also spannend zu beobachten. Wobei es schon echt witzig ist, so style-technisch ist es halt wirklich bei allen das Gleiche. Ja, ja. Das ist schon sehr dieses, das ist halt auch, also einige von denen verdienen ja auch gerade für ihr Alter einfach ganz gutes Geld. Safe, klar. Und dann ist es dieses, ich habe ein bisschen zu viel Geld gerade und weiß nicht, was ich damit machen soll. Deswegen habe ich auf jeden Fall Schuhe, die mindestens 300 oder 400 Euro kosten. Ja, da achte ich auch. Und habe halt die ein, zwei Luxusmarken, die jetzt dann jeder trägt, habe die Bauchtasche und dann geht's los. Ja, ja. Ja, und den gleichen Haltungsschaden wie der nächste. Ey, das ist krass, wie die alle so diesen diesen da vorne gebuckelten haben. Das ist ganz komisch. Und dann laufen die auch so irgendwie ganz komisch mit zu viel Schulter. Ich finde, und sind dann aber im Wesentlichen keine Ahnung, 1,75 groß und wiegen 56 Kilo. So, also ist, ich weiß nicht, passt irgendwie nicht zusammen. Und was auch noch interessant, und das finde ich auch ultra interessant, in dieser Straßenkickerbase dort, da ist ja in Köln, da spielen an dem Wochenende dann Jugendliche Fußball auf Kleinfeld Indoor. Und Fußball ist so eine scheißengroße Marke, Alter. Fußball in Deutschland ist so, das ist mir nochmal bewusst geworden, so groß. Das ist unfassbar. Diese Jugendlichen, alle haben ein Trikot an von irgendeinem Spieler. Jeder hat da hunderte Euro Merch von irgendeinem Verein an. Dann stellen die sich vor diesen Eingang von dieser Dinge und fragen, ist Eli da? Ist der da? Ist der Umut da? Ist irgendwer da? Oder sonstiges? Und die bleiben da zwei Stunden stehen und hoffen, dass der rauskommt, mit dem ein Foto zu machen, weil die halt Superstars für die sind. Irgendein 18-jähriger YouTuber, oder nicht mal YouTuber, weil der eigentlich nur E-Sport macht, nur E-Sport macht, ist ein Superstar für die und die haben zwei Stunden gezockt und bleiben noch zwei Stunden da, um einmal an dem vorbeizulaufen. Und weiß nicht was. Das ist so krank. Das gibt es im Volleyball nicht. Selbst bei den A-A-A-A-A-A-A-A-Levelern gibt es das nicht. Und dort gibt es das für einen 18-Jährigen, der ein bisschen besser FIFA, nochmal heißt EAFC oder so was, oder FC jetzt mittlerweile. Das ist für mich unvorstellbar, das stimmt nicht, aber ist mal wieder ein Bewusstsein geworden, wie selbst das kleinste und irrelevanteste Produkt dieser Sportart so viel relevanter in diesen Gefilden ist, als jede andere Sportart. Ja, wobei man da ja mal fairerweise sagen muss, man ist da ja kein, also man ist da ja schon ein großer Fisch in einem sehr, sehr großen Teich. Ist ja jetzt nicht so, dass, oh jetzt Achtung, jetzt beleidigt wieder Menschen, dass dann auf einmal die Flagfootball-Nationalmannschaft da im Stadion steht in Frankfurt und man sich da denkt so, ja, natürlich ist das eine Leistung, die sind auch alle gut, aber es ist halt Flagfootball und das gibt es noch nicht so lange und der Teich ist halt noch nicht so groß. So, ich meine, FIFA ist halt ein fucking huge Ding, wie viele Gamer gibt es in Deutschland, wie viele Gamer gibt es weltweit und das sind halt teilweise die weltbesten Spieler. Ja, ja, ja. Also du bist schon Elite in einem Markt, wo es unfassbar viele gibt. Also du bist einfach so viel besser als so unglaublich viele andere Menschen, weswegen ich diesen ... Und es ist relatable, weil es jeder ja schon mal gemacht hat. Ja. Das ist ja das Krasse. Jeder, jeder hat, selbst ich, ich habe gestern Abend noch, nachdem wir das Studio fertig gemacht, ich habe ein bisschen da, ich habe drei, vier Spiele gespielt und hatte ja Freude daran. Ich habe das doch früher auch gemacht. Ich habe nie online irgendwie gegen andere gespielt oder so, aber ich habe doch früher auch so eine Saison mit Borussia Dortmund bei Pro Evolution Soccer durchgespielt vor 20 Jahren. Wobei ich finde es bei dem Spiel, also ich finde es bei jetzt EAFC oder bei FIFA, also das gibt mir persönlich zumindest nichts, so da den Besten zuzugucken, weil ich finde nicht, dass man da so diese Anknüpfpunkte hat mit einem besonderen Spielstil oder irgendwas so. Nee, genau. Ich meine, am Ende sind die besten Zocker in dem Bereich die, die die Meta am besten spielen und dann haben die halt genau, das ist ja, am Ende ist das ja Schach. So, die Leute spielen das und sehen auf dem Feld, wissen sie genau, da ist die Hautsauern für das, an der Stelle muss ich das machen, da darf ich das auf keinen Fall machen und wenn der Verteidiger so steht, dann mache ich XYZ, aber nicht B und dann ist das eher so ein, ist das so ein großes Schachspiel. Ist es auch. Und dann reagieren, aber es ist halt nicht, keine Ahnung, wenn ich mir bei Fortnite den weltbesten Gamer reinziehe, dann sehe ich halt, oh mein Gott, der crankt die 90s aber so anders oder editet nochmal so viel schneller oder sein Aim ist so heftig gut. Jetzt ist die Zeit, wo ich es frage. Was ist 90s kranken? Mit Fortnite kannst du doch bauen und dann ist das so, 90s machen, dann baust du so schnell dir so einen Turm hoch und das war dann immer und die 90s hat man dann gekrankt wie ein ganz großer. Ja, okay. Naja, aber das siehst du halt so offensichtlich, dass das ein heftiger Gamer ist und das finde ich, fällt da so ein kleiner, also ich bin wahrscheinlich auch nicht genug drin. Aber wenn ich jetzt, ich habe jetzt das Wochenende zugeguckt und mir ist jetzt nicht einer besonders im Hinterkopf geblieben, so, oh mein Gott, der hat so krank gespielt, den muss ich dir mal geben. Weil es auch zu ähnlich ist, ich weiß, was du meinst. Was ich total beeindruckend finde bei dem Spiel, ist, dass die Leute, als normaler guckst du drauf und denkst, schieß doch. Die wissen genau, dass der nicht reingeht. Ja, das meine ich ja. Und dann brechen die ab und du denkst, hä, die haben Wahrscheinlichkeiten im Kopf. Jeder würde, genau, die rechnen das durch, das ist wie Schacht, oder wie Poker. Du hast einen Asskönig auf der Hand, weil du gerade 20 Meter frei vom Tor stehst und denkst, hm, ich warte aber kurz nochmal den Flop ab, weil gleich kommt wahrscheinlich nochmal eine bessere Situation, bevor ich jetzt all in gehe. Ganz genau. Und das ist total beeindruckend. Deswegen, ich finde das spannend. Nichtsdestotrotz ist das, also ich finde es gut, dass wir den Auftrag haben, weil da ja sehr viel, auch gerade das, was wir an Sportpolitik gerade besprochen haben oder so, wir haben die Produktionsskills, um das zu produzieren, wir haben das redaktionelle Know-how in dir, um das irgendwie zu begleiten, aber wir haben auch den nötigen Touchpoints noch zu normalem Sport, weil im Wesentlichen ist es halt ein DFL-Produkt. Das ist halt das. Deswegen finde ich, ist schon gut. Also mir macht das Freude, weil da ein total vielschichtiges, großes Projekt ist und weil die Leute, mit denen wir arbeiten, ja auch ganz gut sind. Also die machen halt Bock, deswegen bin ich gespannt, wo das hingeht. Ja. Unterschätzt viele Leute, darauf reagiert. Also bei dir wahrscheinlich nicht, das ist dann so ein Ding, was eher in meine Richtung geht, aber wirklich viele, die sagen, ach krass. Und auch bei LinkedIn und so, merkst du schon, dass das eine Tragweite hat und weil man halt so mit der DFL zusammenarbeitet, mit der Wörterische Bundesliga und die ESL halt abgelöst hat als milliardenbewertetes Unternehmen. Keine Ahnung. Ja, deswegen. Also nö, ich freue mich auch drauf, weiter das redaktionell mitzubegleiten. Ich muss jetzt nur schnell Bank weiterbekommen, weil meine Zeitspanne, wo ich diesen Producer-Job noch machen kann mit Entity-Sasmus, die läuft ab. Wie lange würdest du dir noch geben? Der Einfachjob muss mir jetzt dringend abgenommen werden. Wie lange würdest du dir noch geben? Nächste Woche mal abhängend. Da steht fest. Der sitzt morgen schon da, morgen sitze ich wahrscheinlich schon nur noch daneben und dann geht's los. Dann wird das schon wieder abgegeben und dann wird wieder Eintracht-Spontant-Tik-Tok gefarmt. Ja, hallo? Dienstag ist Eintracht-Training. Apropos. Heute fällt aus, ne? Die Eintracht-Spontant hat gewonnen ohne uns. Ja, stimmt. Müssen wir berichten. Also natürlich für alle Eintracht-Fans da draußen. Es war, ich hab sogar noch im dritten Satz, hab ich live den Ticker verfolgt, als es 19.21 stand. Da dachte ich kurz, was ist denn jetzt los? Aber dann kamen einige Breaks in Folge. Der Vosswinkler, laut eigenem Zitat, hat er nochmal übernommen, meinte er, der übertreibt's langsam so ein bisschen in unserer Gruppe mit Memes, die an ihn so selber gerichtet sind. Der holt sich quasi wirklich öffentlich einen runter. Auf sich selbst in dieser Gruppe. Die müssen wir eigentlich mal alle, da müssen wir wirklich mal leaken, was der da raushaut. Ja, das ist wirklich heftig. Nee, also das war ja das Spiel, wo die Jungs, Osterrad oder so glaube ich, uns das leider vorher verboten haben, was immer noch nicht verwirren lassen, rechtmäßig ist, weil wir einen kommerziellen Approach haben. Ihr könnt euch gerne die Satzung des WVVs reinziehen. Da steht, dass für nicht kommerzielle Zwecke man das sogar nicht verbieten darf. Also wenn ihr einfach nur filmen wollt, weil ihr euch das danach im Training angucken wollt oder was auch immer, oder auch keine Sponsoren habt, das ist halt schwierig so. Geht gar nicht. Ja, es geht nicht. Irgendwo ist immer was. Deswegen, also eigentlich kann euch tatsächlich, das ist auch schlimm und da sollten wir auch ein Fass draus machen, dass das irgendwann mal geändert wird, aber sobald ihr irgendwo auf eurem Trikot einen Sponsor drauf habt, kann euch theoretisch... Der Ausrüster selber wird schon reichen. Ja. Kann euch jemand verbieten und sagen, ja nee, das ist jetzt aber hier kommerziell und dann dürft ihr auch nicht bei Instagram oder bei YouTube das dann irgendwie posten. Das ist so dumm heutzutage, das geht gar nicht. Das ist so dumm. Wo ja eigentlich schon da drin steht, hey, das ist eine öffentliche Veranstaltung, genauso wie du auch eine Bezirksdika keinem verbieten kannst, in die Halle zu kommen, um sich das reinzuziehen. Sollte und kann man das eigentlich auch nicht verbieten, dass man dann halt das filmt und veröffentlicht. Das ist halt dann so und ja, also Short Story... Aber wo wäre denn die Grenze? Ist es eine direkte Monetarisierung? Also wenn wir zum Beispiel Subs und Werbung und alles ausstellen würden, während wir streamen oder sonstiges, also dass wir... Ja, dann haben wir immer noch unsere Partner, die Geld dafür zahlen, dass sie präsentiert werden in unseren Streams. Ja. Das ist halt bei uns so das Ding. Wenn du jetzt nur den Trikotsatz von der DJ Cartusa hast... Aber wenn einer sagt nein, also man könnte ja eine Story draus spielen, und wenn einer sagt nein und wir die digitalen, also Werbe-L und Co und Logo-Rotation und Plugs und alles rauslassen aus der Übertragung und Subs und alles, also da keine Monetarisierung in dem Stream machen... Mich würde halt mal interessieren, aber ist jetzt dumm, wir beiden werden nicht auf den Dürfen kommen. Ich würde das auch gerne mal wissen, das auszufechten quasi. Wo ist die Grenze? Weil ich würde die Grenze genau gerne festlegen und dann einfach mich immer daran halten. Letztes Jahr gegen Heiligenhaus waren wir auch kurz davor zu sagen, ja komm, dann machen wir einfach einen Account, der heißt dann DJ Cartusa 06 Düsseldorf oder so oder der heißt Volleyballfreund 69 und dann spielen wir mit Tusa-Trikots, wo wir offensichtlich nichts von haben und genau, machen die Monetarisierung quasi aus und streamen das dann einfach und dann fechten wir das gerne aus mit den Sportsfreunden. Ja. Das wollten wir ja eigentlich machen, dann hat aber unser Krischi, halt dann mal freundlich, also nicht Krischi Seifert, auch liebe Grüße, trotzdem an der Stelle, aber dann hat unser Krischi, Herr Frodel, hat Herr Frodel, aber schöne Tasse heute auch ist mir aufgefallen. Ja, die ist super. Ja. Von dünn. Naja, also. Oh Gott, krieg ich schon wieder auf die Fresse wegen dir. Den hast du dir selber abgeholt, mein Freund. So, wenn dann richtig zuhören. Also. Ja, das hätte ich gern gemacht, aber dann wurde uns halt, ich meine, der Christian Frodel weiß ja durchaus, was er tut in seinem Segment als Anwalt, der hat uns da abgeraten, das auszufischen. Aber es wird irgendwann, wir werden diesen, Ja, wir müssen den Präzedenzfall setzen irgendwann. Wir müssen den setzen, wer soll es denn sonst machen? Macht ja sonst keiner. Und der WVV, nicht bös gemeint, oder auch nicht der DVV, das wird halt nicht passieren, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren, Nein. Und solange uns das immer noch tangiert und nächstes Jahr in der Oberliga dann auch wieder theoretisch drei Vereine sein könnten, oh, weißt du was, wir würden eigentlich so gerne aufsteigen und jetzt finden wir euch scheiße, weil ihr steigt dann auf und jetzt finden wir euch blöd und jetzt verbieten wir euch das einfach. Ja. Nee, das ist scheiße. Da müssen wir echt, müssen wir echt einen Präzedenzfall müssen wir mal schaffen. Das stimmt, hier müssen wir mal vorbereiten. Da hast du, da hast du absolut. Ja, machen wir Rückspiel gegen Osterrad. Das ist unser Heimspiel. Das werden wir dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise dann streamen. Das ist gut. Und dann machen wir riesengroß draußen drumherum, hey Leute, keine, keine Kommerzialisierung mehr auf dem, im Stream, weil wir wollen natürlich, wir respektieren den Ansatz des Osterrader TV, dennoch, mit Blick auf den, auf das Wachstum der Sportart und aufgrund dessen, dass es eine öffentliche Veranstaltung ist, wollen wir euch das trotzdem zur Verfügung stellen. Der Stream findet um 19 Uhr statt. Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es heute leider nicht. Wenn du es so aufziehst, dann müsste es doch möglich sein. Und dann sagst du gleichzeitig noch, danke, ey, vielen Dank auch an alle Partner und Sponsoren, Namensnennung, bla bla bla, für euer Verständnis. So ist nun mal hier ein breites Sportabfall. Ja gut, dann müssen wir halt ready sein, können wir den Termin danach eigentlich eine Woche später können wir dann direkt schon mal beim WVV, beim Verbandsgericht, können wir direkt schon mal einen Termin machen und dann fechten wir das halt aus. Und dann gucken wir, ob die dann die 50 Euro Strafe zahlen müssen, dafür, dass sie uns den Stream verboten haben oder ob es für uns dann richtig reinschallert. Ja, das könnte man echt überlegen. Aber also nur für alle, die jetzt dann wieder interessiert, weil das war jetzt ja nicht annähernd im Vorfeld. Ich war ja, das ist ja die Storyline, also die haben das jetzt ja auch, auch meiner Meinung nach nicht cool gemacht, weil man hätte halt drüber reden können, bloß ich weiß halt auch nicht, ob Luisa da vernünftig in den Dialog gegangen ist mit denen vorher und das denen vernünftig erklärt hat. Das ist wahrscheinlich nicht passiert. Das habe ich ja bei Heiligenhaus versucht, ich habe mehrfache Mails geschrieben, ich habe telefoniert mit Personen, ich habe immer wieder erinnert, hey, wollen wir nochmal drüber sprechen? Und dann kam ja wirklich dieses einen Tag vorher, ach übrigens, wir widersprechen allem. So, das war halt einfach unfassbar asozial. So, nachdem alles schon angekündigt war und deswegen ist das ja auch so hochgekocht. Richtig. So, mit den Sportsfreunden. Ja, ja. So, jetzt Osterrad hat es jetzt ja clean gemacht. Die haben das ja vor fünf Wochen oder so einfach gesagt. Ja, vor fünf Wochen jetzt nicht, aber die haben früh genug Bescheid gesagt und gesagt so, hey, hier, also, die haben jetzt nicht kein böses Blut oder nur Hard Feelings oder so geschrieben, aber die haben ja klipp und klar gesagt, wir möchten das nicht, Punkt. So, und deswegen war das ja auch null aufgeladen und mich würde halt trotzdem immer noch interessieren, warum nicht? Ja, aber da ist nichts passiert. Ich habe ja erst danach gefragt, das war wohl, also, es war wohl so ein normales Spiel. Aber warum? Warum nicht? Und die haben auch, also, es hat da auch keiner drüber geredet, warum sie das jetzt nicht wollten oder so. Es muss, mich würde ja wirklich nur der Grund interessieren, ob ich den dann verstehe oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich würde, ich verstehe, ich verstehe den Grund nicht ganz. Also, ich stelle es mir vor, das müsste ich jetzt nochmal nachfragen, ich stelle mir dann da immer so eine Truppe vor, das sind dann eher so, das ist dann eher so eine ältere Herrentruppe. Ja, wahrscheinlich. So, wahrscheinlich alle so Ende 30 bis, bis Ende 40. Die wollen da einfach nur entspannt ihre Kugel schieben und haben da dann einfach so, haben da so keinen Bock drauf. Beschäftigen sie sich damit und hören das dann so und sagen so, ja, nee. Und dann auch noch dieses, muss ich jetzt, muss jetzt nicht sein, dass wir uns da abschießen lassen vor der Kamera. Hey, vielleicht sind da ja sogar zwei, drei heftige, also heftige A-Lister im Sinne der, also einfach haben heftige Jobs oder sowas, die wollen einfach nur ihr Hobby machen und in Ruhe und die haben keinen Bock, dass es Sachen im Internet von denen gibt, wo die vielleicht irgendwie schlechter sind als andere oder so. Also, wenn du, wenn du einfach was zu verlieren hast, weißt du, dann, das wäre so mein Argument, wo ich so sage, ja, kann ich sogar nachvollziehen, Alter. Ja, dann sollte man keinen Sport machen. Ja, das ist wieder die andere Sache, da willst du wieder, dann beanspruchst du das alle in dem Spielbetrieb und der ganze Sport Rücksicht darauf nimmt, dass du dein Hobby ausreichst. Sobald du dich für einen Wettbewerb anmeldest, ist es irgendwie, dann ist es halt Wettkampf. Und da kannst du auch nicht sagen, ja, aber wir spielen doch nur Verbandsliga, das ist doch nur zum Spaß. So, dann Spielhobby mixt, Alter. Ja, aber die, was ich total spannend fand, ist, ich habe, wir haben ja Samstag noch parallel wieder Trimax produziert, in Hamburg, Hartstack, und da war dasselbe Thema, der hat das am Anfang, vor dem Spiel auch thematisiert, in zwei Wochen der Gegner, die sind wohl mit Abstand Tabellen letzter, die wollen nicht, dass gestreamt wird und er hat so die Community gefragt, Sollen wir dann trotzdem streamen? Sollen wir es absagen? Was hältet ihr davon? Und da haben ganz viele gesagt, ja, respektiert doch, respektiert doch denen seine Meinung, oder? Aber der Großteil war dann doch so, hey, ist doch scheißegal, streamen, wir können doch auch Zuschauer kommen. Also es war immer dieses, kannst du auch als Zuschauer kommen und dir das angucken, wie ihr gewinnt, dann kannst du es doch auch im Stream sehen. Ja gut, dann muss man halt da in die Satzung reingucken, das ist ja bei jedem Sport auch anders. Das Witzige ist, dass wohl, ich weiß nicht, wer daneben saß, Michel wahrscheinlich in der Regie oder so, hat so unterbrochen, hat gesagt, ja, ist bei Eintracht Spontent auch, das geht um die Kommerzialisierung. Und dann hat Max, also Tramix hat so wirklich so zugehört, hast du in dem Moment so gemerkt, ach, ah, okay, ja, das ist ja spannend. Und dann hat er so weit, also, der hat sich quasi mit Michel darüber unterhalten, warum die dagegen, auch ganz komisch eigentlich, Michel sollte sich da nicht einmischen im Normalfall, aber so ist, deswegen ist das, es sind anscheinend in jedem Breitensport ein Thema und vor allem, und das finde ich so spannend, ist es ein Thema, weil am Samstagabend, als ich parallel, also mein Job am Samstag war dann, ich habe quasi Stream geguckt, um zu gucken, was wir besser machen können. Also ich war quasi so der, der rausgesoomt hat und Stream konsumiert hat, weil Dirk ja im Stream selber gearbeitet hat. Und parallel waren super viele andere Volleyballvereine Samstagabend online. Als wir offline waren, habe ich mal geguckt, wer das alles ist. Ey, Shoutout an alle, wirklich, die da draußen sich Mühe geben, ihre Spiele auf Twitch zu streamen, weil das ist echt eine, ist wirklich gutes Niveau. Also wie die Spiele produziert werden, das Volleyballniveau war zum Teil nicht so gut, ist es bei der Eintracht manchmal auch nicht, muss man dazu sagen. Ja, aber ist doch egal. Aber ey, größten Respekt an das, was ihr alle da draußen, alle Vereine, die das aus eigener, aus eigener Know-how-Bildung oder so machen, das ist höchst beeindruckend. Achtet mal drauf, wie viele Vereine, geht mal in die Sparte Volleyball bei Twitch Samstagsabends, wie viele Vereine auf gutem Niveau, die Sparte Volleyball gibt es nicht, Sport und dann seht ihr Volleyball. So Live-Sport, Sport und dann seht ihr die Volleyball-Streams, sorry, wie viele Vereine, Volleyball ist Vorreiter, absolut, auf Twitch, heftig. Ich meine, da gibt es, es streamen safe, mehr Leute, ihre Volleyball-Spiele als Fußball-Spiele. 100 Prozent, ist auch so. Und das ist dann, klar, da waren wir jetzt die Vorreiter, aber das ist Hammer und das hat ja auch, und das war ja auch die Mission, also Absatz von allem, die Eintracht in die Bundesliga, natürlich soll das irgendwann auch mal erfolgreich sein und wäre schön, wenn die Sponsoren da ein bisschen Geld reinspülen in unseren Verein. Umsätze halt, damit wir weitergehen können. Ja, genau so, aber es geht ja auch wirklich trotzdem noch um diesen Auftrag mit dem Breitensport und wie gesagt, das hat ja das Potenzial, man merkt, dass die Leute da Bock drauf haben. Hatten wir ja gestern auch noch hier mit Jannik, der im Start war, der so meinte, er guckt safe lieber Oberliga-Regionalliga-Tischtennis als sich halt Bundesliga reinzuziehen und es ist im Volleyball genau das Gleiche. Ja, ist es auch. Es wird ja, ich meine, natürlich guckt dann den Einzelstream abseits von der Eintracht, wird es wahrscheinlich so schnell nicht passieren, dass es einen Verein gibt, der vierstellige Zuschauerzahlen hat beim Breitensport. Aber insgesamt wirst du irgendwann dahin kommen, dass sich an so einem Wochenende mehr Leute, mehr Zuschauer den Breitensport reingezogen haben als die Erste Liga. Als in der Bundesliga, genau. Als die Erste Liga. Ja. Weil dann insgesamt 10.000 Leute irgendwo lokal, regional Breitensport geguckt haben und Bundesliga haben sich dann keine Ahnung. So, das wird passieren. Ja, deswegen, das meine ich ernst, allergrößten Respekt, weil ich habe da wirklich gute Sachen gesehen. Ich finde das richtig, richtig geil, dass das so viele Vereine durchziehen und da cool versuchen, Content drum zu machen und das ist wirklich ganz, ganz großes Niveau. Finde ich mega, mega geil. Also einfach nur, auch danke. Ja, die Leute feiern es ja auch ultra. Weil solange es relatable ist für die Leute aus dem Umfeld und die Freunde und so, ist das dann Hammer-Content. Ja, genau. Es verlässt halt nur selten den Tellerrand, weil, klar, der Anknüpfpunkt für andere Leute sich zu denken, warum sollte ich mir das jetzt geben? Ja. Aber das kommt auch irgendwann, wenn man es gut aufzieht. Ja, ist auch so. Deswegen, das ist auf einem guten Weg. Das macht Freude. Das wollte ich nur einmal nochmal loswerden. Ja. Gute Arbeit. Macht weiter so, meine Dres. So machen wir es. Und wir machen jetzt weiter hier mit, wir haben heute noch viel zu tun, Dirk. Wir brechen den Hobel jetzt hier ab. Lieben Gruß an Sven und Lukas. Glückwunsch. Auf der Platz wieder. Shoutout. An der Seite, das ist, die haben 1820 Entry-Points. Die sind jetzt so, die können jetzt Quali beim Elite spielen. Echt ganz geil. Ja, Scherif Ahmed haben aktuell nicht so viel mehr. Ja, genau. So schnell geht das. Das ist echt ganz geil. Und die hätten ja, wenn die noch Zweiter geworden wären, also wenn die noch da so durch diesen Baum durchgegangen wären ins Finale, hätten die echt noch richtig heftig Meter gemacht. Das war ganz kurz vor, die sind fast ein, also die sind wirklich gut gesetzt in der Quali und so. Ja. Sehr gut. Hat sich gelohnt jetzt, der Hustle im Herbst. Ja. Und Svenny ist glaube ich nächste Woche in Witten, hat er gesagt, oder so trainieren, da gehe ich mal rum. Dann kann ich mal ein bisschen berichten. Ja. Was, wie, wo. Das wird bei den beiden. Das wird. Es entwickelt sich jetzt schon. Guck mal, gucken wir. Ist alles, ich hab noch nichts, ich hab da vorher nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Ist doch, ist alles gut. Ja, ja. Lass die mal machen, die Jungs. Lass die sich mal richtig schön austoben mit ihrem feurigen Docht. Machen wir sowieso. Läuft. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Ja, ist gern.